Ein kleines Abschieds. Ja, also vielen herzlichen Dank für die tolle Aufnahme. Also es hat wirklich Spaß gemacht, aber ich möchte mal wieder die Lade vorbeikommen. Für die Patientenaufnahme, oder wie? Kommst du gerade? Für die 22 Aufnahme. Für die 22. Das ist eine Ehre, da wird mir jeder aufgenommen.